Oh, okay, okay. Weiter geht's. Sieht schon wieder sehr offen aus hier. Okay. Secret Area. China. China? China! Ha, oh, das ist ja wirklich Geopark. Loy. Yun-Tai-Shang. Yun-Tai-Shang Global Geopark. Restricted Area. Henan. Ach, Henan ist ein Ort in China. Klar, ja. Ha, jetzt war das ganz so im Sinn. Also, Yun-Tai-Shang Global Geopark ist praktisch der Name von dem biologischen Park. Also, ist halt ein Geopark. Und das ist halt ein verbotnes Gebiet. Also, ein Bereich, ein abgesperrter Bereich quasi. Und das ist halt einfach nur der Ausdruck, wo wir grad sind, wo dieser Park ist. Also, praktisch ein Geopark in China. In Henan. Uh, 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 uh. Äh, nein. Das da. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Meine Fresse. Komm her. Noch mehr Ungebet, die Gäste? Nein. Äh. Ihr leckt mich doch. Ihr antraben. Du auch antraben. Kommst du mal her? Ich fick deine Oma ins Kummer. Kein Respekt mehr. Wir haben übrigens vergessen, äh, Raketenaufdruck zu sammeln. Oder haben wir jetzt grad zu viel? Ah, nee. Uns findet das mal vier. Wir haben ja grad jeden Fall gebraucht. Äh, die da. So, da hinten war eine Spinne da. Ist eine scheiß Spinne. Ah! Leck mich am Arsch! Speichern. Oh, nein. Wieso kann man hier runterfallen? Wow. Das ist ja zum Wunderfall gedacht, hier. Oh, Halleluja. Oh. Oh. Ach, du heiliger Scheiße. Ey, ich glaube, ich bin am Arsch. Wow. Das gefällt mir. Boah, Alter. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Wow. Wow. Alter, geht das jetzt schon wieder ab? Ey. Ey. Erstmal speichern. So, ab in den Schutzbunker. Und einmal kräftig abspeichern hier. Meine Güte. Das geht ja jetzt schon wieder ab, hier auf der Achterbahn. Wow. So, danke. Ich hasse Fallen. Ey, ich hasse sowas von extrem Fallen. Bitte geht alle nach Hause. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Ihr seid ungebeten Gäste. Alter, ich finde diese Merkratz sowas von geil. Aua. Da ist die Spinner. Habe ich sie erwischt? Nein. Er ist wieder. Ich habe wieder einen Runen. Leck mich doch am Arsch. Das ist crazy. Und ich komme wieder nicht rüber. Also, ich muss schon wieder hier den Weg laufen. Oh, ich gehe auch noch weiter. Nein, ich komme nicht weiter. Fuck. Da war noch eine Kerze, habe ich gerade gesehen. Oh, Alter. Ihr wollt mich doch rollen. Das ist leider wieder abgelaufen. Aber hier kommen wir auch nicht hoch. Doch, komm mal. Was? Bruder. Arschloch. Okay. Wie zum Geil kommen wir da raus? Also, ich muss erst mal zurücklaufen, um zu gucken, wo man hier überhaupt legal langlaufen darf und wo nicht. Okay. So, hier können wir langlaufen. Heizt also, hier können wir auf jeden Fall, oh, ups. Nochmal runter. Das war also alles legal. Aus der Seite können wir auch runter. Kann ich auch mal eben machen. Ja, das war gerade nicht schlau. Oh, hier. Oh, ist ein Preis. Oh, Minigun. Haben wir schon. Schade. Wow, hier geht's ja wirklich drauf. Lol. Äh, nein. Geht ihr weg, geht ihr weg. Wow, 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 wow. Keine geilen Pricks. Geht ihr raus? Ja, geht raus. Ach, du Scheiße. Nein. Ich bin gefallen. Ach, du Kacke. Ein bisschen viele Gegner für meinen Geschmack. Sondern für Krebs? Nee, finden sie die Königgräber. Da kann es auch schon im ersten Blick so aus. Aha, das hier war der, wo uns ja, wo uns diese Webernet da hinten vorhin lösen wollte. Und noch ein Webernet. Alter, hiervon haben die echt mehr als genug. Oh, oh, nett. Gibt es noch mehr so eine Tieren? Nö, gibt es nur die eine. Was ist hier? Oh, wir haben eine Rakete. Oder einen Raketenwerfer bekommen. Okay, da geht's raus. Gut, halt also den Bereich hätten wir damit schon. Mal. Oh, ach, du Scheiße. Gucken wir mal jetzt weiter. Äh, wo waren wir? Ja, hier. Wow. Ähm. Wow. Diese, diese Minigunner. Vor allem, die haben auch so ein Streu einfach. Und vor allem, die sind so extrem Rückstoß. Die drücken einer quasi gleich in den Tod. Oh, komm mal drauf. Wow. Alter, das gefällt mir nicht. Hier, sterben. Also hier kann man auch wieder raus. Okay. Oh, danke. So, jetzt mal gucken, ob ich hier raufkomme. Ja, also, jawoll. Nicht raufkomme im Sinne von, dass man hier rauf darf, weil das war offensichtlich, aber ob ich es schaffe. Von meine Skill her. Ah, hier wissen wir, was ich meine. Wow, du Scheiße, können wir da schaffen? Achso, da muss ich wieder oben auf den Weg kommen. Wow, Alter, geh mal weg hier. Ich hab hier nicht mehr Lange. Äh, okay, wir können gar nicht zurück. Ach doch hier. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja doch, richtig. Hä, wo können wir denn zurück? Wo war denn das? Achso, ich war hoch. Ach man, Alter. Na, komm, komm. Nein. Lange, vorsichtig und über Schritt zu Schritt. Ruf da. Jetzt reicht mir. Ruf da mit. Ruf da mit hier. Fack, fack, fack. Abkürzung. Okay. Und jetzt wollen wir mal hier Hardcore. Halleluja. Was? Was? Oh, warum ist er da fucking Cyberdemon? Wer hat doch Kalin schon drei. Sich. Tausend. Boah, dieser Scheißbastard. Ich glaube, ich räume erst mal da auf. Ich frage mich, wie kommt man da hin? Darf schon mal nicht. Kann man hier rüber? Ne, kann man auch. Ah, das ist ja auch so, von dem wir gekommen sind. Aber dahinter war ja nichts. Wir waren ja nur aufweise Gegner. Okay. Stimmt, wir waren auch noch gar nicht so komplett. Hier wollten wir ja, hier fasten wir ja nicht durch. Wow. Fuck. Leck mich doch. Ach, hier kommt mit rein. Nein. Nein. Wo denn? Da. Alter. Und wo kamen wir denn jetzt? Von hier. Okay, halt, stopp. Also umdrehen. So. Gibt es hier was Besonderes? Ja. Okay, war cool. Kommt man da auf? Ja, kommt man. Ach. Ach, du Scheiße. Nein, 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 nein. Das kannst du mal schon knicken, du. Wo bist du? Oh, Mädels. Oh ja, jetzt flippt doch gleich alles wieder. Okay, Cyberdemon, jetzt kommst du erst mal her. Okay. Oh ja, jetzt kommst du erst mal her. wir sind schon wieder erstrandet gut das ist jetzt mal erst jetzt halber die man aus ja ich weiß dass wir tot sind ja 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 ist ja gut jetzt einmal reicht direkter treffer jungen jawohl so damit gehen wir jetzt mal darf schön nach unten so halt mal jetzt hier danke für die aufmerksamkeit auch Ja, komm. Das Problem ist, dass ihr so halt so extrem langlangt. Ach, das sind wieder welche gespawnt. Deswegen war es doch immer so viele. Ja, wieso fliege ich denn jetzt? Ach so, ich bin ja Kaku-Demon. Ich bin nochmal wieder einer hier der dritten Generation. Oh. Ich dachte, ich bin einer von diesen Man-Kübis. Weil ich, weil ich hab da ja zwei Man-Kübis umgebracht. Aber das hat wohl auch noch einen Kaku-Demon in der Flugbahn. Alles wie Kies. Komm, geh hoch. Scheiße. Ha. Okay. Wir brauchen alle drei Kies. Wir haben, uns fehlt der rote. Na genau, wir brauchen alle drei Schädel. Es sind da keine Kie-Karten. Ja, also, es sind letztendlich Kies, ja, aber keine Irrwister, wie meine. Oder? So, suchen wir mal eine Kie-Karte. Hier ist eine Map. Sehr schön. Äh, da war was. Ach so, das ist der Raum, wo wir gerade drinnen waren. Äh, also gehen wir mal in die Richtung hier. Hier soll noch was sein? Nee, hier nicht. Da soll noch was sein. Äh, wow, da kommen wir gar nicht durch. Hallo. Ach, leck mich doch einmal. Ach so, das ist der Raum hier. Hä, nee, aber hier waren wir noch bereits. Hä, ich bin da durch. Ah, komm, wir gehen jetzt mal hoch. Vielleicht haben wir von oben eine bessere Aussicht auf die Dinge. Wow. Bitte hier nicht einfrieren, Junge. Das ist nicht gesund. Da ist ja noch ganz viel, was wir nicht gesehen haben. Heiliger Scheiße, Ademarie und Josef, dein Oma. Hä? Aber, hä? Unten, diese beiden, da hatten wir doch geguckt, ob wir da rein können. Wollen wir das hier verarschen? Das macht ihr doch mit Absicht, oder nicht? Okay, komm, ganz ehrlich, gehen wir einfach mal Rinder. Räumen wir da mal ein bisschen auf. Wo war das jetzt? Nee, hier waren wir schon. Da ist noch ein Gang. Ah! Interesting. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Ah, doch, das, was ich gesucht habe, ist auch da. Das ist nahe. Wo denn jetzt? Ach, Alter, ich kriege gleich eine Macke. Danke, 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 danke. Alle tot, alle tot. Aber hier haben wir doch bereits aufgeräumt. Ach, klar. Das war ja der Ausdruck, wir gestorben sind. Ist schon wieder. Ha! Irgendwie waren dabei, hier aufzuräumen. Nur leider, Ronny, 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 ganz, ganz dumm, letztlich erst mal schon umzingeln. mit der Folge, die logisch war. tot. Wow. Alter, dieses Shake. Ich habe was, was mir gefällt. Oh, das ist gut, gefunden. Ach so, das war der Bereich, wo ich gerade von außen war. Ja, okay. Also hier bin ich wieder im offiziellen Bereich. Gut, dann gehe ich hier auch mal ganz offiziell rein. Backpack. So, jetzt weiß ich, genau, jetzt war die rote Karte und dann hätte ich hier wieder rausgegangen. Boah, Alter. Ja, ja, der offizielle Weg ist immer schmerzhaft. Junge, ich drücke halt mal. Boah, Alter, wie viele hier vorne. Ah, ja, so, der Weg hier. Alter, ich könnte schwören, dass wir vorhin die ganze Tür probiert haben. Wir haben drei von neun Sequels und wir haben noch fucking sechs Sequels. Ach nee, drei von vier, das ist ne vier. Okay, klingt schon entspannter. So, dann gehen wir mal da jetzt nochmal rein und gucken mal den Weg nochmal jetzt hier mit, äh, wie viele Monster für den Weg noch. 305 von 308. Kann das sein? Kann das hinholen? Gut, wir gehen das mal Richtung Ziel. Äh, hallo? Da ist, nein. Hier ist, äh, ach da. Boah. meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. Oh, wir werden dreifach sprungieren. Ha, Scheiße. Oh, ernsthaft jetzt? Oh, Glück habt. Ich dachte schon, wir haben es verschissen. So. Oh, ich habe zugehofft, da ist ein Monster drin. Ist das das Exit? Muss ja. Ja. Was auch sonst, ne? Äh, die Frage ist nur, wo sind denn jetzt die restlichen drei Monster? Haben wir hier noch etwas übersehen? Oh. Fuck. Glück ab. Wo sind noch drei Monster? Also, jetzt habe ich gerade gehört. Ja. Founded. Founded. Er ist erfolgreich gegründet. Boah, alter. Geht doch. Scheiße hier, zu springen, wenn man noch zwei Anreizhaften drücken muss. Wo weiß die Rüstung? Mädels? Okay, gehen wir den offiziellen Weg. Also einmal hier runter. Dann musste ich hier rein und dann war das hier. Nein. Da. Ach, da hinten. Gott. kriegst du aber auch echt zu viel hier. So, wir erfüllen jetzt noch ein Secret. Es wird bereits markiert oder ein, zwei, drei, okay? Ja, es ist bereits markiert. Wir müssen also nur erstmal alle vier durchgehen. Da unten waren wir bereits. Da oben? Weiß ich gar nicht. Haben wir die bei? Nee, Entnahme. Danke. 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 komm noch mal her, ja. Danke. Danke. Da. Hier muss uns was sein. Die Frage ist nur was und wie kommt man da normalerweise... Ach, hier unten. Aber hier waren wir doch. Ach. Hier gibt es noch einen Weg vor... Oh, ernsthaft? Und wie kommt man da rein? Wo kommt man denn da? War hier irgendwie was zum Einschalten, zum Freischalten? Jetzt haben wir gedrückt. Also hier ist auf jeden Fall noch was. Die Frage ist nur, wie kriegen wir da rein? Alter, ich will jetzt nicht schon wieder ein Secret haben, wo wir nicht rein können. Ist doch nicht mehr normal, ist das doch... Also ernsthaft, grüniger. Das ist nicht mehr gesund. Ja, ist ja gut. Aus jetzt. Lappert gesagt. Nee, klingt ja auch nichts. Die waren doch verarschen hier. Gut, wir kommen da von der Hände auf jeden Fall rein. Dann probieren wir das auch mal. Alter. Hallo? Geht doch. Muss man meinen drei Finger durch hier mal trainieren. Das ist ja freudig. So, was gibt es das jetzt hier? Was ist hier? Ist es Munizierung? Und nochmal Munizierung. Mehr nicht? Boah, Alter. Boah. Ah, von der Seite kriegt man das auch auf. Ist ja interessant. Und mehr ist hier auch nicht. Na komm. Gut, haben wir jetzt noch was eigentlich, oder? Haben wir gerade dieses Komplizist bekommen? Ja, ne? doch, aber genau. Wir haben jetzt fast 97.000 Punkte. Davor hatten wir nur 90.000. Digga, wir haben 7.000 Punkte bekommen? Warum das denn? Normalerweise ist doch Komplizist irgendwie so 3.000 oder 4.000 oder sowas. Alter, es fehlen noch 2.000 Punkte knapp. Also etwas mehr 2.000 und dann haben wir jetzt 10.000, äh, 100.000 Punkte. Digga! Das geht doch nicht. Was sollen wir mit den ganzen Punkten machen? Wir müssen ja ein Jeep kaufen. Oh mein Gott. Okay, ja gut, äh, nichts mehr. Nein, wir wollen ja hier nicht vorweg greifen. In dem Sinne, ciao mit V.